Moin liebe Talkfamilie und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir reagieren auf das neueste Video von Anni. Gestern kamen ja schon vor euch Videos, deswegen reagieren wir jetzt so gesehen zwei Tage später hier auf das Video. Und zwar, Idiot kocht mit zufälligen Zutaten, schreckliche Idee. Und ich sehe da hinten schon ein, wie nennt sich das nochmal? So eine Drehscheibe, sag ich mal. Ne, Drehscheibe heißt das nicht. Wie heißt das nochmal? So ein Spinning Reel. Ich komme gerade irgendwie nur auf das Englische. Und ich sehe so Sachen wie... Umquats? Garnemayo, Gouda, Banane, Tomatensauce, Avocado, Ei, Bubble Tea Kugeln, After Eight, Paprika, Kakaopulver, Whip, Tomatensuppe, Bier, Spaghetti, Honigsenfsoße. Also sehr viele Currysoße, Schokolade, also Sachen, die sich eigentlich so gar nicht miteinander vertragen. Das kann nur nach hinten losgehen. Mal gucken. Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Yeah. Uhu. Hab eine neue Anmeld gefeilt. Könnt ihr mir was sagen, was ihr dazu sagen schreibt? Heute gibt's, wie ihr sehen könnt, noch ein geiles neues Video. Und zwar machen wir ein Kochvideo, wo ich ein Gourmetgericht zaubern muss. Aus vier bis fünf random Zutaten, die wir hier uns erdrehen werden. Und ja, weil ich eine so unfassbar gute Köchin bin und wirklich richtig gut in der Küche bin, machen wir jetzt dieses Video. Weil ich kann aus allem was Geiles zaubern. Okay. Wirklich. Wir haben uns natürlich ein paar geile Sachen ausgedacht, die hier drauf kommen. Bubble Tea Kugeln, liebe ich. Hier ein kleiner Clip. Oh, oh, oh. Das ist so ein geiles Video. Normale Sachen, wie zum Beispiel Pilze, Tomaten, Whisky, Wurst, Gouda, After-Age, ja, hip, Baby-Tomaten-Suppe. Wir werden aus all diesen Griechen natürlich ein gourmet-artiges Gericht machen und wir werden so... Stimmt, das ist ja hip. Ich eben so, hä, hip, sagt ihr irgendwie was? Stimmt, das ist ja die Marke ja vom Baby-Brei, sag ich mal. Das kann nur nach hinten losgehen. Vier bis fünf machen. Also wir gucken mal vier, wenn ich das Gefühl habe, ich kann aus vier ein gutes Gericht machen. Wenn all diese vier Sachen nur Flüssigkeiten sind, dann drehen wir noch ein fünftes Mal und haben dann fünf Zutaten, so ungefähr. So ungefähr. Veganen, Mayo. Zweitens. Paprika. Paprika hatten wir schon. Erdnüsse. Ist okay, ne? Ananas. Vier. Ich mach noch eins. Mach noch eins. Bier. Mayo, Paprika, Ananas, Erdnüsse, Bier. Also Bier zerstört alles. Aus den anderen hätte man was machen können. Aber zumindest hätte ich vielleicht zwei Sachen gemacht. Bei Ananas. Ja. Hm. Hm. Aber, ja. Ja. Weil bei Ananas ist ja so dieses Süßliche und das so mit Paprika in Verbindung. Ja okay, gibt's auch so gefüllte Paprika. Das hätte man theoretisch machen können. So ne gefüllte Paprika. Aber jetzt mit Bier. Gar kein Thema. Wir gehen erst mal kurz einkaufen. Wir sind zurück und machen jetzt das Gericht. Maron. Okay. Willst du trinken? Süß. Ach. Wir sind freundlich. Ja süß. Jan mochte das nicht. Es ist fucking 1 Uhr morgens. Es ist so spät. Aber wir wollen einkaufen haben. Alles besorgt. Damit ich mein Gourmetgericht kochen kann. Eine Karotte. Wie heißt das nochmal? Paprika. Paprika. Eine Paprika. Erstmal. Das PA ist erstmal groß geschrieben. Auch geil. Aber erst mal diese Wer wird Millionärmucke einbauen. Geil Stefan. Erdnüsse. Vegan Mayonnaise. Bier. Dosen Ananas. Wie bringe ich das Bier unter? Pass auf. Man könnte die Paprika gefüllt machen. Im Backofen vielleicht. Ja. Dann machen wir in der Pfanne. Rösten wir die Erdnüsse ein Paar. Und dann geben wir die Ananas. Mh. Vielleicht. Ja. Dann können wir die Erdnüsse ja auch nutzen, um die Ananas zu panieren und dann zu braten. Das macht keinen Sinn. Man kann das nicht panieren. Wir machen eine gefüllte Paprika. Und da wird... Ja. Wie mache ich das mit dem Bier? Easy. Ja, kein Plan. Also da habe ich aber auch keinen Plan. Pass auf. Wenn ich jetzt so überlege, und ich hätte diese Zutaten, also ich auch, sofort gefüllte Paprika. Easy. Sofort. So. Jetzt mal eben so überlegen. Ich würde ein paar Erdnüsse nehmen und die anbraten. Dass die so ein bisschen bräunlicher sind. Könnte gut schmecken. Die Ananas, überlege gerade, die würde ich so in die Paprika packen. Wird warm. Würde ich nur so ein bisschen trocknen, dass das halt nicht so wässrig ist. So, und was war das noch? Was war nochmal die andere Zutat? Ich muss mal gucken. Ja. Kann man Bier kochen? Kann man Bier in Backen? Ach, Mayo. Ich würde Paprika zuerst mit Mayo von innen leicht bestreichen. Weil es ist hier keine Mengenangabe gegeben. Dann würde ich schon, ich sag mal so eine Handvoll Erdnüsse nehmen und ein bisschen auch von der Ananas und das dann so durchmixen. Ananas würde ich aber nicht anbraten. Die Erdnüsse vielleicht nur ein bisschen zumindest. Ananas könnte man aber auch anbraten. Man könnte beides zusammen in eine Pfanne anbraten. Dann beides in die Paprika, die schon ja bestrichen ist mit dieser Mayo. Und dann könnte man den Deckel oben drauf machen wieder bei der Paprika und dann ein bisschen Bier von oben so runterfließen lassen. Vielleicht aber für Geschmack. Also das wäre jetzt so das einzig Logischste. Ich stelle mir vor, eine Auflaufform, Bier. Paprika ins Bier, oben aufschneide die. Schön voll machen mit einer homogenen Masse aus Erdnüsse, Mayonnaise und Ananas. Deckel drauf. In den Backofen dünsten. Wir malen die Erdnüsse, machen die Ananas klein, braten sie in der Pfanne an und mixen das dann kalt, also aus der Pfanne raus und dann schön mixen mit der Mayo. Das ist grauenhaft. Warum habe ich mir dieses Dings ausgedacht? Das wird schrecklich. Guck mal, Pfanne steht schon bereit. Boom. Bisschen Öl. Okay, während das warm wird, können wir vielleicht kurz... Denk an, du hast bei der Ananas den Ananasssaft und die Ananas. Das sind quasi zwei. Vielleicht den Ananasssaft mit dem Bier mischen. Das klingt grauenhaft, aber okay. Hier haben wir die Ananas. Ja, auch eine Möglichkeit. Ei ohne Toast, ohne Schinken und ohne Käse. Das und dann nehmen wir Erdnüsse. Kurze Frage. Mögt ihr Ananas? Und das frage ich aus verschiedenen Perspektiven. Mögt ihr Ananas als Frucht? Da sage ich ja. Mögt ihr Ananas auf Pizza? Also eben Pizza Hawaii. Sage ich nein. Mögt ihr Ananas? Mögt man Ananas noch irgendwie so auf Sandwich? Sag ich auch nein. Irgendwas, womit ich was kleinmalen kann. Mein Nudelholz. Das ist mittelmäßig sauber. Hier entsteht Kochgeschichte. Das hat nicht funktioniert. Oh Mann. Ein Hammer. Das ist grauenhaft. Was ist das? Stefan, ich versuche gerade köchlerisch kreativ zu sein. So, ich muss das ein bisschen marinieren. Das Öl in der Pfanne ist sehr heiß. Und wenn ich die Ananas, dadurch, dass das nicht kleine Stücke sind, was ich erst dachte und jetzt kreise, hätte ich die auf jeden Fall durchgeschnitten. Das war vielleicht nicht schlau. Die Ananas ist angebrannt. So muss das. Äh, wenn die Erdnüsse schwarz sind, ist es fertig. Mh, das riecht nach. Ich glaube, das geht. Als nächstes bereiten wir unsere Füllmasse vor. Wir schneiden dann die Paprika auf. Gott, das ist grauenhaft. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte früher als Kind immer Angst vor Paprikas. Aber ganz ehrlich, das sieht auch fucking unheimlich aus. So kannst du mir nichts erzählen. Ja, und dann füllen wir das mit der Erdnussananas. Sieht aber lecker aus. Und als nächstes packen wir die... die Avocad... Paprika. Paprika. Mein Gott, da packt mir dieses Wort nicht ein. Wir müssen die fixieren. Als ob sie sich das Wort Paprika nicht merken kann. Äh? Nein, Paprika ist... Also, Paprika warm mag ich gar nicht. So im Salat, in dem Sinne vollkommen essig gern. Diese Stäbchen, die ich in China lang getaucht habe. Höchstprofessionell haben wir das hier jetzt fixiert, dass sie nicht umkippt. Und dann bereiten wir jetzt die Badewanne vor. Dafür nehmen wir gutes Berliner Kindl. Oh Gott. War das richtig? Nee. Nee. Eins. Ich habe keine Ahnung. Hast du es leer gemacht? Ja. Und dann packen wir noch... Die hat einfach die ganze Dusk genommen. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Bisschen Pfeffer. Also die Sachen, die ich gewürfelt habe, waren wirklich schwierig. Als ich so Bier drauf geschrieben habe, war ich so, oh cool, wenn man irgendwas anbrezeln kann, ist es mit Bier ablöschen. Ich hätte das in der Pfanne eben mit Bier ablöschen sollen. Stefan hat gerade angemeldet, dass die Stäbchen nicht aus Holz sind, sondern aus Plastik. Sicher. Fühlen sich sehr plastikig an. Ich glaube, ich habe nichts anderes. Wenn die jetzt im Ofen schmelzen, wäre gar nicht geil. Dann ist es wirklich eine komplette Fail-Katastrophe. Aber wir können sie vielleicht so in den Rand stellen. Ich finde nicht, als würde die weicher werden im Ofen. Stefan. Kannst du auch versuchen, so übel-pessimistisch zu sein? Das ist grauenhaft. Mh, die warme Erdnuss. Ja, Freunde. Das ist schon eine sehr krass gefailte erste Folge. Mal gucken, vielleicht schmeckt sie auch aus welchem Grund auch immer doch super lecker. Mich würde mal interessieren, wie ihr das gelöst hättet. Was hättet ihr aus diesen fünf Zutaten gekocht? Wir sind aber noch nicht fertig. Wie gesagt, ich hätte das mit der Auflaufform nicht gemacht. Ich hätte das vielleicht doch so ähnlich mit dem Abblüschen vielleicht gemacht. Aber ich hätte auch die Paprika auf jeden Fall aufgeschnitten, gefüllt. Ich hätte die Ananas aber noch kleiner gemacht. Vielleicht ein paar mehr Nüsse. So von einer Menge, dass es sich ja halt ausgleicht. Ähm. Und. Dann. Wie gesagt, hat sie schon Senf oder diese Mayo benutzt? So, das hätt ich nämlich zum Beispiel zuerst gemacht. Dass ich das so von innen leicht bestrichen hätte mit dem Messer. Die Paprika. Ähm. Und. Mit dem Bier. Ja, vielleicht dann doch so dieses Abblüschen. Das heißt, ich brate halt Ananas und. Die Erdnüsse. Oder zumindest nur die Erdnüsse. Dann. Die Ananas mit dazu. Und dann so ein bisschen. Ein bisschen. Weil. Zutaten müssen ja nur dabei sein. Das heißt ja nicht, dass man. Alles aufbrauchen muss. Und dann so ein bisschen Bier dazu. Vielleicht für diesen. Geschmack. Ich glaube, so hätte ich es eher gemacht. Ja, die Mayonnaise noch. Und dann in einem Topf. Und die Mayonnaise. Aus der Mayonnaise machen wir eine Chili Mayo. Mit Chiliflocken. Warum ist das? Ich glaube, die ist schlecht. Wir stellen uns vor, wir dippen das später in Chili Mayonnaise. Gott, warum geht immer alles schief in meinen Videos? Wie kann das sein? Na gut. Warten wir mal die acht Minuten, bis das Ding im Kühlschrank, im Kühlschrank, im Bankhof fällig ist. Was ist denn mit mir? Andi ist so vollkommen verwirrt. Ich probiere das einfach. Du auch, Stefan. Wir probieren das. Wie schlimm kann das schon sein? Das ist wieder zwei Wochen. Oh, schau mal, wer da klingelt. Das sieht furchtbar aus. Grauenhaft. Oh Gott. Können wir ein paar Beauty-Shots prägen, Stefan? Diese Paprika stinkt nach Bier. Aber ich habe das gekocht. Ich bin stolz. Und ich werde es probieren. Ich fände es richtig cool, wenn ein Koch sich das Video anguckt und sich denkt, Hä, die Zutaten easy und so ein geiles Gericht draus macht und dann mich bloß stellt. Der hier P-Suite soll mal nachmachen. Der Klo macht Geräusche. Naja, während wir den Sound von diesem durch das Selbstreinigen Katzenklo lauschen, probieren wir dort diese in Bier getränkte Paprika. Der Magen ist zum Glück auch selbstreinigend. Und? So schlecht kann es nicht schmecken. Es fehlt ein bisschen Salz. Aber, I mean, ist echt okay. Probier mal, Stefan. Du reißt dich gerade wieder noch echt hart zusammen, wenn ich es noch probiere. Das ist echt? Legit nicht gut, nicht schlecht. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Boah. Danke und tschüss. Abonniert, lasst ein Like da. Folgt Stefan auf Twitter. Wir sehen uns Freitag in einem neuen Video. Nächste Woche und Dienstag in einem neuen tollen Kochvideo und ich stream jeden Tag auf Twitch. Tschüss. Tschüss. Oh geil, Mann. Was ein geiles Video. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder wenn es das hat mir wirklich gut gefallen. Oh, christlich. Ich weiß nicht, kam jetzt heute, sprich am Mittwoch, irgendein Video zum reagieren. Mal eben gucken, live in diesem Video. Ich sage Nein. Es kam keins. Wenn wir nicht, dann wisst ihr vielleicht, welche Videos vielleicht später kommt zum reagieren. Es kam keins. Nice. Nice. Nicht nice. Nice. Gut. Bedeutet später, dann reagieren wir weiter auf ein Projekt, welches bei euch gestern beendet war. Die erste Staffel zumindest. Rust. Das heißt, freut euch später da auf weitere Teile, worauf wir reagieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir im Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Blog aktivieren, werdet Teile der Topfamilie. Dieses Video von Andi ist selbstverständlich unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt es aus und bringt das Video auch in die Trends, wie auch die letzten Videos von Andi. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Tschau, liebe Topfamilie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss. карт intersects mir der Topfamilie, Von F peuvent microwave SPhilipp,